Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei DLC Quest und wir sind hier bei Live Premium or Die, um es ganz genau zu nehmen. Und wir sind in der letzten Folge so hart verkackt, aber in dieser Folge haben wir die 200 Coins zusammen und das heißt wir können hier durch in die Winterzone, durch die Winterzone, durch. Ich hoffe mal, ich verkack jetzt nicht, aber das würde mich auch wieder hart abfacken. Ich hab verkackt. Aber gut, wir haben hier wenigstens ein Checkpoint am Stiesel, Stiesel-O-Mat. Hier geht es nicht lang, merkt ihr das doch endlich mal. So, hier ist nämlich der erste Checkpoint. Wenn wir den schon mal haben, dann ist doch schon mal alles easy. Dankeschön, da war der zweite Checkpoint. Ich muss natürlich genau vorher sterben. Danke. Ah! So, jetzt aber. Jetzt gehen wir nämlich hier durch. Und jetzt kannst du mich am Arsch lecken, du scheiß Tür. X. Yes! Perfekt! Ich nehme diese Coins jetzt. Oh! Und ich denke, ich nehme den Pickaxe und deinen Wall-Jump DLC auch. Nur ein Stück, sei sicher. Du hast alle Münzen genommen, du Arsch. Bei eh. Bis vor der Pinner. Du denkst, Microtransactions... Trans... ...Actions? Are you Ali? Aber du hast nur die Premium- Freemium? Freemium? Was? Ich war es spawning. Moldet durch es. Die DLC beträgt dich. Weil es mir gehört. Okay, jetzt wirft er. Ah, und wir müssen immer Coins holen. Ähm. Ist ja logisch. Und mit ein paar Coins, wenn er uns dann glaube ich irgendwas verkaufen kann und sein. Boah, jetzt zieht aber Agro hier. Aua! 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 Oh, da ist ein Leben. Da ist noch ein Leben. Ah, da zieht er ja richtig Agro. Jung! Jetzt machen wir hier. Boss-Fight gegen den Shopkeeper. Hallo! 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 Don't suppose you'd like to buy a little something to help you out. Oh, ja. Bigsword pack. Queers, foes, fight... Wo ist das... Ich... Wieso... Alter, diese englischen Wörter manchmal, ne? Also ich kann englisch gut, aber manchmal ist es echt heftig. Hab ich Schwerd gekauft. Hab ich Schwerd gekauft! Bigsword! Au! Good thing, that's a one-time-use-item. Aua! Das war ein Hut. Ich kann mir noch ein Herz gebrauchen. Alter, er zieht Agro! Oh mein Gott, er zieht Agro! What? Dankeschön für das Herz. Au! Boah! Ne, hab mich gar nicht getroffen. Hat er mir auch einfach mal... Seinen eigenen Tod verkauft, quasi. Schon krass. Oh. Noch einen. Noch einen. Alter. Wie auch einfach mal rote Augen halt manchmal. What the fuck? Wie so'n, wie so'n, wie so'n, wie so'n... Devil. Ja! Wirf mit Geld. Hallo. This is too easy. Really bigsword pack. Okay. You know, I do have more items for sale. Okay, das Schwert ist ja gar nicht... Ist ja gar nicht groß. Are your fools too powerful? Purchase this one-time-use-isword. It's like all other's word, but bigger. There are no refunds for this item. Um... Pass mal auf, ja? Bia. That seriously hurts. Did I mention that was also a consumable item? That really did a number on me. I can probably take, like, one more hit, tops. What? What? It's the darko. Oh my god, it's the darko. Aaaaah! Aua. Da hab ich mit einem verlorenes Herz. He, he, he. He, he. 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 eyeaaa. Amaa. Aua, phun wieder zwei Herzen verloren. Aua. Ent wybischer Bossfight hier. Die es das. Was da los? Oh. Die ist das anders. Üüüü Apresi oder wie? dialm. Hallo? Alright. You like this one. That one-SMG-Swirt of unfitatumbal power. Okay, wir kaufen das wirklich, wirklich, wirklich schwer. Keine Ahnung warum. Okay. Jetzt, äh, was was, ich ahne ja, Schlimmes, X, ne? Ja, nein, ist gar nicht übertrieben. Nein. Oh. Äh, was haben wir getan? Ups. Wir haben die Welt zerstört. Glaube ich. Developed by Going Loud Studios. Das war DLC Quest. Live Premium Modal, wohlgemerkt. Das DLC von DLC Quest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war es nämlich jetzt, glaube ich, auch. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Wir können uns noch die Credits ein bisschen anschauen. Diese wunderschönen Credits. Ich mag sie sehr. Fonts. Okay. Thanks for playing. Follow us. We are going loud. Und, ja, das war's. Glaube ich. Oder? Oder, 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 oder? Oder, oder? Ja, war's das? Das war's. You Maniacs. You blow it up. Coins Collected. 824 von 889. Das ist gut. DLC Packs Purchase. 13 von 17. Awardments 5 von 10. Time. 1 Stunde, 7 Minuten und 16 Sekunden. Rank C. Ja, das war doch gut. Dann haben wir beides durchgespielt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie gesagt, nochmal. Und bis zum nächsten Projekt. Das werden wir dann mal sehen, was das wird. Tschüss.